Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Challenges. Heute wieder mit dem Paddy. Hi. Ja, heute haben wir mal wieder eine ganz schwere Challenge dabei. Und ja, die kann ich mal der Paddy erklären. Ja, wir dürfen eigentlich nur Blöcke benutzen und nichts anderes. Es könnte schwer werden, wenn die Gegner das Bett zugebaut haben, dann könnte das richtig kritisch werden. Dies ist sicherlich richtig. Das Ganze wurde, oder die ganze Challenge wurde uns vom Max Graphics TM gestellt. Und da wird es schon kritisch. Und die Grünen, das ist eine Dreierparty, die schwitzen auf KD. Das erschwert das Ganze mal deutlich, würde ich sagen. Genau. Ähm, und ja, wir haben gerade auch schon eine Runde für den Paddy aufgenommen. Also schaut bei ihm vorbei in der Description. Erster Link. Und ja. Ich glaube, ich spitze jetzt noch mehr rein. Ja, das hat echt so. Heute, bist du genickt? Ja, ich bin am... Unser Mate kann einfach brieseln, okay. Ja, ich kriege einfach kein Knockback. Ich bin hinter Eingang von den Grünen. Ich weiß gar nicht, das ist der Party. Nein, da ist jemand. Nein, das sind ganz viele. Oh, what a flame! Oh. Wer von uns beiden hat jetzt das Bett geholt? Warte. Hey lol, als ob ich das geholt habe, hä? Ich hab... Ich hab... Kotti... Is... Is... Is es erlaubt? Is es erlaubt, wenn, äh, man ne Picke einsammelt und die dann benutzt? Äh... Ja, denk ich mal. Ja. Außerdem war es jetzt eh irre... 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 Ja, was würd ich da mal sagen, das war ne quicke Runde. Kotti, ich fühl mich gemobbt. Warum? Weil, er geschrieben hat, wie heißen Sie YouTube? Sehe ich etwa echt aus wie eine Sie? Ja, mit... Ja, beindeutig. Hä? Wo ist jetzt der letzte rote Mann, der erzeugt, der sich da unten wieder einbaut? Was soll das? Jetzt müssen wir noch die ganze Leute töten, ne? Ja, und halt trotzdem noch auf unser Bett aufpassen, ne? Ne. Ein Grün habe ich schon mal eliminiert. Ach, der rote ist so ein Camper. Das ist halt das E-Graft auf Steam Punk, ne? Meist ich einfach mal keine Werbung? Wo zum Fick ist der Kerl? Grüße gehen an dich raus. Er schreibt R. Er hat's auch gerafft. Und ich bin die ganze Zeit am Pfellen. Okay, what the fuck. Was zum Fick war das für ein Bug? Ja, ich weiß noch, glaubst du, die kriegen wir noch? Ja, ich würde sagen ja, aber ich habe hier gerade schon Probleme, den roten zu finden. Der ist so ein kleiner Schwitzer, weißt du? Mach das X-Ray an, dann passt das X-Ray an und wir rasieren. Aber ich gebe ihr besser, sie hat nur einen Knüppel. Nein, ich häng'n Kopf. Nein, ich häng'n Kopf. Scheiße. Da kommt ein gelber Polycryptor, der hat einen Bogen. Da muss der Colin mal wieder reißen. Digga, der kassiert so hart, man. Mein Kill, meiner! Wir haben ihn so auseinander genommen, okay, damit klebt nur noch ein gelber. Mein Kill, KD-Push. Die du ja gerade down gemacht hast mit 5 mal rausziehen. Der gelbe hat Gold gesaved. Schön Scharf hast du an deinem Arsch kleben, du. Jetzt lock ich zu dem Typen und dann... Da krieg ich dadurch keinen Schaden, das ist sein eigenes. Ja, der letzte gelbe wäre damit auch down. Und in der Kiste liegt einfach mal ein Eisenpicket, die wir uns jetzt lieber nicht. Ich hol mir jetzt mal die Camperin von Rot, ne? Die grünen werden die schweren sein, weil die echt nicht schlecht sind und die spielen ziemlich viel mit Wraps und die schwitzen auf ihre KD. Kann die mal verrecken, Alter. Da hört man den Autoklicker. Junge, ich geb ihr so hart, aber die verrecken nicht. Tja, endlich, Alter. Ja, jetzt haben wir noch die grünen. Hast du beide down? Ne, ne. Ich hab gar keinen down. Nur am Anfang einen. Aber die sind beide voller Crips. Haben beide Webs. Ja, dann lass ich mich ertrinken. Ähm. Ich hab nämlich nur noch ein Herz. Und... Tot! Aber kann das doch sein, dass du alle Betten hier geholt hast in der Runde? Äh... Keine Ahnung. Weiß ich ernsthaft nicht. Das grüne Bett hat er mir natürlich schon gestealt, aber die anderen... Komm. Okay. Da hat man natürlich auch wieder Patties erzählt. Da weiß jeder Bescheid. Hm. Gott, ich schreib da mal deinen Namen rein. Ah, da kommt die Werbung. Da kommt die Werbung. Da. Da. Nein, er stellt sich ins Web. Jetzt mach ich auch Werbung. Naaah. Da kommt die zweite Werbung. Naaah. Ich... Da schaut jetzt mal nach, Mann. Hm. Ihr geht aber A auf K in der Runde. Achso, ja, Leute. Ihr könnt uns natürlich auch immer eure Vorschläge für Challenges in die Kommentare schreiben. Wir äh... Setzen uns jedes Mal vor Aufnahmen zusammen und... Schauen so durch und nehmen uns die geilste raus. Oder... Was heißt die geilste? Das heißt nicht gleich, dass die anderen scheiße sind oder schlecht sind. Sondern einfach die, wo wir auch gerade Bock drauf haben. Blick. Genau. Du weißt, der ist irgendwie auf K? Der ist auf K, Kotti. Bumms ihn! Bumms ihn weg, Mann! Gib ihm! Michael! Hahaha. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Keine Ahnung, wo der ist, Mann. Der ist bestimmt unser Base, Mann. Ne, der ist hier nicht. Was macht der? Der will uns verarschen. Der spielt hier... Ja, wir dürfen vor allem keine Schiebs benutzen, ne? Der spielt versteckt mit uns. Ja, wir dürfen keine Schiebs benutzen, das ist richtig bad. Jetzt ohne Spaß, Mann. Wo ist der? Hast du X-Ware oder so? Ne, hab ich nicht. Der letzte Wort sich oben zu U. Ich hatte mir irgendwer geschrieben. Danke an dich. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist da, der ist da. Alter, der ist da. Ja, ich bin auch da. Ich bin auch da. Gott, gib ihm. Pidi, Pidi, ich hab Installed. Hat euer Bettfast, er schreibt, hat euer Bettfast. Danke an dich, dass du uns hier spackst. Wo ist der, wo ist der, Mann? I don't know. Sind wir blau oder rot? Der ist an der Leiter, der ist da oben, der ist da oben. Wir sind rot. Das bin ich, die Vogel. Der ist hier, der ist hier. Hinten. Bett weg. Drück ihm. Oh mein Gott, skipp ihm. Er ist down. Ja, Mann. Oh mein Gott. GG. So, Leute, wenn euch diese Runde... Kommt, das ist geil. Okay, wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Schreibt uns eure Challenges in die Kommentare. Schaut beim Paddy vorbei, lasst ein Abo da. Hast du noch was zu sagen? Bei mit B, Digga. Tschö, mit Döö.